Hey Leute, mein Name ist EpicStun und mit dabei ist heute die Katscha. Hallo! Ich bin absolut kein Mörder. Ich bin unschuldig. Sehr gut, ich bin auch unschuldig, Katscha. Okay, ich habe jetzt auf jeden Fall hier hinten schon mal einiges, einiges an Gold auf. Wo bist du denn gerade überhaupt, Katscha? Ich weiß nicht, dass du es bist. Nein, ich bin es wirklich nicht. Zu 100% nicht. Also ich habe hier keinen weggeschnetzelt. Ja, würde ich auch sagen. Guck, du kannst da nachschauen, da ist keiner. Oh, hier ist Gold, hier ist Gold, hier ist Gold. Nein, Katscha, mein Gold. Ja, 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 kannst mal nachschauen. Und zack, 2 Gold habe ich insgesamt. Ja, danke. Habe ich dich getroffen? Ja. Oh nein, Katscha. Was ist das? Hey, wo rennen die denn alle hin? Ich weiß auch gar nicht, wer hier... Oh, weil ja der Detektiv ist. Hier ist doch mal Gold. Okay, der geht hier außen entlang. Was macht der denn hier insgesamt? Oh, den habe ich weggeschnetzelt. Sehr gut. Ist das der Detektiv? Es ist der Detektiv. Er hat geschossen, bin ich nicht getroffen zum Glück. Wer treffe ich ihn? Nein, ich treffe ihn nicht. Ich kann hier entlang. Okay, ich bin mir nicht ganz sicher, ob er weiß, wo ich bin. Oh, ich werfe und ich treffe keinen einzigen erzielt. Oben ist auch einer. Oh, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Und ich habe ihn sehr gut. Sammelt jemand anders den Bogen auf? Ja, tut es. Und ich habe ihn wieder weggeschnetzelt. Jetzt ist hier noch eine Person. Ganz kurz mal stillbleiben. Und habe ihn sehr gut. War hier vorne noch einer. Aber hier war, glaube ich, keiner mehr. Hier unten auch nicht. Okay, noch fünf Leute und zweieinhalb Minuten Zeit. Da wird jemand zum Bogen. Nicht mit mir. Hab ihn. Da wird jemand zum Bogen. Schon wieder. Nee. Oh, weia. Okay, da muss ich aufpassen. Da hat er geschossen. Ich glaube schon. Und ich müsste ihn bekommen. Sehr gut. Da oben sind zwei Stück. Treffe ich ein. Oh, die wollen zum Bogen. Die wollen zum Bogen. Hab ihn. Sehr gut. Da oben ist noch einer. Will der auch zum Bogen springen? Ich werfe mal hier das Schwertchen. Wurde der Bogen aufgesammelt? Nein, er wurde nicht aufgesammelt. Da vorne ist eine Person. Den sehe ich ganz genau. Da sind noch zwei Leute übrig. Und hab ihn. Sehr gut. Okay, eine letzte Person ist noch übrig. Der Bogen ist hier fallen gelassen. Wo könnte die letzte Person sein? Die kann natürlich auch trotzdem einen Bogen aufgesammelt haben. Da liegst du einfach Katsch. Oh nein. Ja, vielleicht versteckt sie sich ja. Ja, sie sich hier versteckt. Das könnte natürlich sein. Ich sehe sie hier ganz genau. Und ich habe gewonnen. Sehr gut. Hing-Skinn ist auch sehr auffällig. Das stimmt. Ich bin unschuldet. Okay. Oh, nee. Da wurde schon das erste Goldmeer weggeschnappelt hier insgesamt. Okay, ich gehe mal hier vorne. Moment lang ist hier noch ein bisschen Gold für mich. Aber ich sehe hier absolut gar nichts. Nein, 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 nein. Okay, du hast ein Schwertchen auf jeden Fall bekommen insgesamt. Hab ich. Hier ist kein Gold, Kater. Weit und breit nicht. Hallo. Hier ist auch kein Gold. Okay, ich gehe mal hier unten schauen. Hier ist Gold. Ja, hier ist Gold. Hier ist Gold. Hier ist Gold. Und das erste Gold für mich. Ich brauche jetzt schnellstmöglich einen Bogen. Oh nein. Es könnte natürlich echt sein, dass du Mörder bist, Kater. Ich bin mir nicht ganz sicher. Immer gehst du mich hier beschuldigen. Es könnte sein. Ich bin zu 99% immer eigentlich das, was ich sage. Oh weia, oh weia. Okay, ich habe leider erst zwei Gold hier insgesamt. Wenn jetzt der Mörder hier kommt, kann er einfach alles am Deck schnetzeln. Oh, was ist denn da? Das Detektiv wurde auch weggeschnetzelt. Jetzt hat er es gemacht. Aber wo? Kannst du ja mal einen Bogen aufsammeln, ne? Danke. Ja, da. Es tut mir leid. Ah, da rennt jemand hoch. Ich wusste es. Der Bogen wurde auch schon aufgesammelt. Das gibt es noch nicht. Wo ist der denn jetzt hier abgeblieben? Da ist er, da ist er, da ist er, da ist er. Krieg ihn, krieg ihn, krieg ihn. Ja, haben wir bekommen. Sehr gut. Noch neun Leute. Detektiv ist eventuell hier oben. Da sind auf jeden Fall Leute. Gehen die beide da entlang. Die gehen beide da entlang. Und ich kriege beide. Sehr gut. Okay, sieben Leute noch insgesamt. Das sind welche hinter mir. Wow, wow, hab ich denn was denn da passiert? Hat der gerade jemand weggeschnitzelt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, noch fünf Leute. Wo sind die letzten fünf Leute? Die könnten natürlich auch unten sein insgesamt. Der Bogen wurde auch aufgesammelt. Das bedeutet, hier irgendwo läuft ein Detektiv rum. Ich schau mal hier. Die könnten natürlich auch allesamt irgendwo versteckt sein. Auf der Karte sehe ich schon mal keinen. Da kommt mir jemand entgegen. Da kommt mir jemand entgegen. Okay, sehr gut. Vier Leute noch insgesamt. Auf den Toiletten könnten natürlich auch noch welche sein. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, noch zweieinhalb Minuten. Die könnten sich hier bei den Toiletten natürlich auch hinter den Türen verstecken. Aber ich glaube, hier ist keiner. Hier ist keiner, hier ist keiner. Nee, 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 nee. Hier ist schon mal keiner. Auf der anderen Seite kann natürlich genauso gut einer sein. Sehe ich hier einen. Aber ich glaube, hier ist auch keiner. Nein, 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 nein. Da ist einer, Erdenbogen. Und nicht getroffen. Es war aber nicht der Detektiv. Was ist da los? Tatsächlich noch drei Leute. Okay, es könnte sich natürlich auch hiermit versteckt haben. Aber ich glaube mal nicht. In den Aufzügen sehe ich auch gerade keinen. Okay, wo sind die letzten drei Leute? Ich schaue mal hier vorne in dem Raum. Hier könnte natürlich auch immer jemand sein. Hier sehe ich aber gerade auch keinen. Ah, da oben. Nein, nein, nein. Da gehe ich mal hier in den Raum schauen, ob hier jemand ist. Aber hier ist auch keiner. Wo sind die letzten drei Leute? Das gibt es doch nicht. Die haben sich hier irgendwo versteckelt. Oder laufen perfekt so rum, dass ich sie nicht finden kann. Da sehe ich noch einen. Hallo, Abin. War da noch einer? Ah ja, da ist noch eine Person und habe sie auch. Okay, noch eine letzte Person. Hier liegt super, super doll viel Gold rum. Wo ist hier die allerletzte Person? Und wow, sie hat schon geschossen. Aber ich kann natürlich auch schießen. Moment mal, ganz kurz stehen bleiben. Oh, nee, nee, nee. Jetzt läuft sie da um die Kante. Das gibt es noch nicht. Ich kann aber hier durchs Glas durchwerfen, soweit ich weiß. Ja, ich könnte durchwerfen. Da ist die Person. Sie kann aber auch gleich schießen. Ich habe noch einen Bogenschuss. Und Chokkao habe gewonnen. Sehr gut. Sehr gut. Ich bin Detektivfreund Epic. Hallo. Okay, hi. Katja, ich sehe dich da hinten. Denkst du, ich treffe dich? Na? Nein, ich traue mich nicht. Vielleicht bist du unschuldig, Katja. Solltest du auch nicht machen, wenn du... Vielleicht aber doch schon. Nein, mache ich nicht. Ich behalte mal hier alles im Blick. Vielleicht wird hier einer weggeschnetzelt. Ich hoffe nicht von dir... Oh, da wurde TNT entzündet. Es sind vier... Hat jemand weggeschnetzelt? Es ist... Stimmt, Katja. Nicht bei mir. Wir haben gewonnen. Wer war es denn? Weiß nicht. Ich bin Detektivfreund Epic. Wie immer. Wie immer, sagt er. Ja, klar. Wie immer. Klar. Ich bin immer unschuldig. Okay, ich gehe nach oben. Tschüss. Vielleicht soll ich aber auch nicht nach oben gehen. Okay, du bekommst jetzt gleich dein Schwert. Wo bist du denn gerade, Katja? Also wirklich, ich schwöre es dir. Wer ich mörder, kann ich dir sagen. Da wurde jemand weggeschnetzelt. Oben ein Cookie-Schwertchen. Hab ich. Was ist denn da los, da war der Mörder? Ich bin unschuldig. Und ich bin... Detektiv, Katja. Unschuldig. Oh, ich dachte, du wärst Detektiv. Das ist ja natürlich schade. Ja, enttäuschend, ne? Ja. Du bist Detektiv. Vielleicht. Ne, he, he. Vielleicht aber auch nicht. Du wolltest mich austricksen. Ah, du bist Mörder. Okay, gut zu wissen. Hast du das gesehen? Ja, natürlich habe ich das gesehen. Was ist denn da los? Ey, da ist jemand auf dem Schiff. Was macht der denn da? Ey. Kriege ich den auf dem Schiff? Moment mal. Hat er mich mal kurz nicht weggeschnetzelt. Da ist sogar jemand auf dem kleinen Schiff. Was ist denn da los? Okay, auf dem kleinen Schiff. Den habe ich schon mal. Gold sammle ich natürlich nebenbei auch noch auf. Kriege ich den überhaupt jemals hier auf dem großen Schiff? Ich gehe mal hier entlang. Damit sollte ich ihn auf jeden Fall wegschnetzen können. Aua. Hier schnell entlang. Hier weiter, wo ist der denn jetzt? Hier ist er im Wasser. Dann gehe ich mal hier vorne weiter. Oh, ich kriege die ganze Zeit Damage. Oh, oh, schnell, 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 schnell. Ich habe noch drei Herzen, Katja. Das war sehr knapp. Ah, du bist auf dem Boot. Ach, guten Tag. Ja, ja, ja. Ich bin auf dem Boot. Wo bist du denn gerade, Katja? Weg. Das sind zwei. Wow, Detektiv habe ich bekommen. Natürlich. Ich habe den Detektiv. Nein. Katja. Der Detektiv hat unschuldig vor meinen Augen weggeschnetzelt. Was ist denn da passiert gerade? Bestimmt den anderen wegschnetzeln. Ja, nämlich mich. Und den habe ich auch. Sehr gut. Oh, wurde der Bogen aufgesammelt? Nein, der Bogen wurde noch nicht aufgesammelt. Sehr gut. Ich habe mal hier. Hier ist auch keiner. Oh, doch, da vorne ist eine Person. Habe ich. Perfekt. Sehr gut. Da hat jemand einen Bogen. Trifft aber nicht. Sehr gut. Und jetzt kann ich die Person wegschnetzen. Geradeaus weiterlaufen. Dankeschön. Und damit kriege ich sie. Perfekt. Noch drei Leute. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob da oben einer ist. Der Bogen ist auf jeden Fall fallen gelassen. Falls der Bogen aufgesammelt werden sollte, dann weiß ich auf jeden Fall, wo. Da ist noch eine Person. Die will zum Bogen. Ganz bestimmt. Sehr gut. Seht auch eine Person. Ich glaube, hier ist erst mal keiner. Da hat sich noch einer versteckt. Sogar zwei haben sich hier versteckt. Und damit habe ich gewonnen. Sehr gut. So Leute. Das war's für den Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schreibt mir der lieben Kata vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.